Hallo und herzlich Willkommen zu Calisto-Protokoll. Nimm mit! Ach, vorne nur eine Reflexion, alles klar. Wie lange braucht eigentlich der Schnee, bis er schmilzt? Ja, so, dann habe ich in der Pause mal was gegessen. Und mir dann das Machmerk vom Keystraw angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, ich habe die komische Schrotflinte ja schon viel früher haben können, wenn ich ordentlich geguckt hätte. Weißt du, schmilzt der jetzt? Naja. Keine bei der Klavier. Oh. 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 Oh, oh. 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 kalle spucken spucken kann ja kaffee nach dem essen kaffee ist einfach wundervoll sowas hier eher nicht wer schmatzt weil der da hinten schmatzt ich muss durch diese Tore musst du das du musst erstmal da bisschen Leben nehmen zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu Buy Das war's für heute. Kalle, du bist schäbig. Richtig schäbig. Gebe er her. Was haben wir hier noch? Wir haben nicht das Tor für den... Kameraden da geöffnet. Das klingt immer, als ob der direkt hinter dir steht. Das war's für heute, ne? Ob das klug ist. Erkunde den Stromreaktor. Aha, Explosivsachen stehen hier wieder rum. Komm her, der will doch... Aaron... Rotes Licht ist irgendwie... Junge! Roten! 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 Hahaha Das ist bleiben Ok Ich habe es in den zweiten Kontrollraum geschafft Es sieht richtig gut aus Und es ist Übelatmosphäre Bitte treffen Sie eine Auswahl Ja Oh, so langsam habe ich aber echt einen Moon, was? Was haben wir denn hier? Gekauft, gekauft, gekauft Die ist so weit fertig Was ist hier mit dem Handschuh? Ja 900 300 Ja und Ich habe nicht großartig was zu verkaufen Will ich jedenfalls nicht verkaufen 17 17 Credits Die können wir nochmal mitnehmen So, wir hatten da gerade noch Wie hieß der Typ denn? Aaron Takeko, ne? Ah, den Den haben wir So, was haben wir hier? Ich glaube wir sollten Die jetzt mal wieder nehmen Die Schroter Die Schroter Warte mal Das ist Schrotflinte Nee Aufstandsflinte Alles klar Die hier, ne? Ja, ist gut Die Können wir denn dann Bei der Aufstandsflinte Mal ein bisschen Was Machen UJC Druck Wünscht Ihnen Einen United Tag Aufstandsflinte 300 Gibt Stabilität Und das gibt dann Schaden Ja, 300 Das ist dann unser Oder ich könnte UJC Druck Für alles was Sie benötigen Ich könnte mal einen hier Verticken Und dann Buttern wir hier ein Bei der Aufstandsflinte rein Sehr schön Qualitätsprüfung Bestätigt Stabilität und Griff Sind auch Schöne Sachen Ich hoffe, das rächt sich nicht Dass ich hier so leichtfertig Gesundheit verticke In Drei Zwei Eins Okay, ich binde die Raupe Wir pressen uns drauf Ich will's hoffen Ich will's hoffen Das klingt groß Flucht Aus diesem Gefängnis Wo es sich selbst Ist nicht möglich Der einzige Weg In die wahre Freiheit Ist der innere Weg Nur wer sich selbst kennt Kann sich so entwickeln Wie es seine Bestimmung ist Fertig Guru Flucht Aus diesem Gefängnis Vor sich selbst Ist nicht möglich Der einzige Weg In die wahre Freiheit Ist der innere Weg Nur wenn sie zu Ein Schlüssel Credits Revolver Munition Finde ich Finde ich gut Überhaupt nicht Was ist sie? Schönger! alles gut künstler ich muss sie alle weg machen ha 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 Schara. Ich habe gesehen, es gibt eine Trophäe, wenn man... Aha. Ich glaube, es ist... Jetzt ist ja alle, ne? Habe ich so eine Batterie? Nö. Alter! Hör doch! Nicht so! Ups, das wollte ich gar nicht. Jaja, ich habe ja noch zu tun. Junge. Ein Knusperriegel. Ich komme sofort, Mädel, ich komme sofort. Wir hauen ab! Ja gut, hier hat irgendwas geschrien, wir hauen ab, alles klar. Steig! Ich erkenne nichts da draußen. Also... Verdammt, halt die Klappe! Was ist dein Problem? Bleib still. Wir sind gleich da. Zum Hangar geht's Dorsa! Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Ich bin gleich wieder da. Was? Warte! Hey! 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 Hey, got to work! Hey! Hey qui va hashtag! Hey! Hey! Was machst du hier? Nein! Ich muss es in deinen eigenen Augen sehen! Danny! Wo willst du hin?! Built to work. nicht falls ihr euch fragt warum rennt er nicht hinterher ich versuche schon zu rennen aber ist nicht weil wegen ist nicht ich bin der sagt nein dein kumpel ist weg abschlussstelle verhalten ein ag umwandler max barrow ich brauche ich versuche immer wieder mit jacob darüber zu reden ich werde herausfinden was hier wirklich wo sich geht ich melde mich kann ich nie runter springen es ich Hm. Hey, was tust du da? Was ist da drin? Äh, Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher irgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber, glaub, Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ja, ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich lautzureden. Du steckst da mit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf Yoruba zu tun. Ei, ei, ei. Was ist mit dir? Ah, dieses... Implantat vernehmelt mir den Verstand. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Hm. Hier lang. Was dachtest du, würdest du finden? UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Ja, warte mal. Fräulein. Aha. Entschlüsseler. Untertitelung. Wo ist mein Loot? Ey, wo hab ich denn jetzt mein Loot hingeschmissen? Ich dachte schon, das Ding wäre wieder leer. Ha. Dass ich da irgendwas vercheckt hätte, von wegen, dass er doch nicht so automatisch lädt. Aber ich meine doch, ne? Oh, Stacheln. Als Warden von Black Iron möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Dem Beginn einer neuen, strahlenden Zukunft. Mhm. Mhm. Ja. Aha. Ich rufe den Aufzug. Ich krieg ungewöhnlich viel Stuff. Das, äh, das beunruhigt mich etwas. Zurück in die Zellen. Wer hat denn hier so gewütet und die ganzen Killer-Roboter umgelegt? Selbstdiagnose initiiert. Inventar voll Frechheit. Ja. Der Aufzug ist da. Geh mir mal nicht auf den Keks, Fräulein. Geh mir mal nicht auf den Keks. Geh mir mal nicht auf den Keks, Fräulein. Ekelhaft. Ja, weißt du was? Dann droppe ich doch die zwei Schuss. Makellose Energieumwandler, das ist... Keflin Mahler haben wir wieder. Zwei kennen wir schon. Was zur Hölle hat Kohl vor? Proben, die in modifizierte Gamma-Tof-Fachtcontainer verladen wurden? Dachte er der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Hm. Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Selbstdiagnose initiieren. Geh mir doch! Verfinden. Der Black Island, der Sicherheitsnähen, es kann nicht hergestircht. Gleich darauf. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Ziel im Visier. Wir können loslegen. Trophäe erhalten. Noch zwei Minuten. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Äh, was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht enden kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura. Ihre Reise war besonders weit. Aber ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben sie sich meinen Respekt verwendet. Nein, nicht. Lauf. Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Nimm meine Hand! Jacob! Oh. Boah, 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 boah. Da habe ich das noch erwischt, das Ding. Wo falle ich denn da hin? Boah, 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 boah. Nochmal. Ich habe gedacht, kann ich wieder looten. Ja, 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 ja. Boah, 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 boah wenn ich den einen punkt vorher erwischt hätte dann hätte ich das gar nicht machen müssen hier mit mit dem fallen weil sie hat mir die hand gereicht die habe ich nur verpasst das war zu erwarten unten wo schon Warte, Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh Gott. Was ist das? Das ist Arkas. Arkas, die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Mhm. Da ist ein Aufzug in die Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Ich habe mich in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht es nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es dann? Nicht mehr. Worum geht es? Um Antworten. Warum schießt der Warden eines deiner eigenen Schiffe ab? Ich weiß es. Und was hat das mit Europa zu tun? Das sollte doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn. Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Komm. Hier ist es nicht sicher. Folge danny. Folge danny. Folge danny. Was ist das aus der ursprünglichen Kolonie geworden? Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Kalisto. Bis sie hier ein Gefängnis gebaut haben. Ich denke, JC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Wieso? Wieso? Kann man nicht mehr rennen. Ich weiß zwar nicht, warum hier irgendwas rumlegen sollte, aber... Es liegt was hier rum. Alter, was? Ich kann es nicht mitnehmen. Moniz, hola. Moniz, hola. Keine. Wie sieht überhaupt mein Inventar aus? Wieso sind da Leuchte-Dinger dran? Jetzt sind sie weg. Vollgeladen, 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 alles vollgeladen. Wir müssen so einen komischen Apparello finden. Wow, klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Auf der Karte gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Hier ist es, stimmt's? Ja, aber ich sehe keinen Aufzug. Mist, er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runter geben. Okay. Okay. Pass auf! Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Bleib vorsichtig. Ist schlimmer als ich dachte. So. Aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye bye.